Das Wasser brach und es gab das Blut all over. Das ist dann, dass es eine Erdachtung ist. Nachdem sie mich von den Krankenhäusern zu einem größeren Krankenhäusern geändert haben, war es zu früh. Ich bekam es, mein Kind hat bereits sterben. Ich war 31 bei der Diagnose. Das war für mich einfach ein Zeitpunkt. Da standen mir alle Türen offen. Ich hatte ja auch alle Zeit der Welt für alles einfach. Es gibt 3.9 Billion Frauen in der Welt. Und alle haben eine bessere Gesundheit, eine bessere Leben, und mehr Hoffnung für eine bessere Zukunft. Yet viele immer das Chance bekommen. Die latesten Erfahrungen auf die Frauen und Frauen in der Welt zeigen, dass, letzte Jahr, mehr als 1 Billion Frauen nie besitzt eine Krankenhäusche professionelle. Only 12% waren für die Krankenhäuser. Nur 10% waren für die Krankenhäuser. Und nur 10% waren für die Sexuelle Transmitteilung oder Krankheit. Beyond their health concerns, fewer women feel safe walking home alone at night. While many struggle to put food on the table or a roof over their families' heads. It's no wonder the world's women are stressed, worried, angry and sad. How do we know all this for sure? Because we asked. More than 127,000 people in 122 countries speaking 140 languages. The 2021 Hologic Global Women's Health Index is the most comprehensive annual study measuring the state of health for 94% of the world's women and girls aged 15 and older. This ongoing collaboration with the Gallup World Poll asks in-depth questions about critical health and quality of life issues that impact women most. To measure and track change for good. And it reveals answers and insights that enable us to better understand women's health needs in their own words. who know the woman's health needs and CAIns the first human health needs. The cancer of the world, who get but the Afrikaans to share and along the way, all those le krauts, who are living with her. It becomes amazing that every person Das ist eine große Herausforderung. Als ein Unternehmen fokussiert an Early Detektion, Diagnose und Menschen's Health Problems, wir wissen, dass man, was man nicht verbessern kann. Die Global Women's Health Index ist ein weiter Weg, wie Logik arbeitet, um alle Menschen's Leben zu helfen. Everywhere, every day, no matter where in the world women live, how much money they have, or what their level of education. Our goal isn't just to improve women's lives, but all lives. With a purpose, passion, and promise, we ask the world to stand with us in this life-changing mission. This is health for sure. This is change for sure. This is the science of sure.